Herzlich Willkommen zurück! So, Zellprobe meins! Und jetzt mit diesem äh... Typ reden! Ey! Penispalme! Analysieren! 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 Das verstehst du doch, wie du aussiehst. Verfickt. Du hast viele Menschen getötet. Viele Tatut werden nie in den Himmel zurückkehren. Suche deine Ikran auf. Kehre zur Zahik-Senume zurück. Alles klar. Dein Wert besteht darin, deine eigenen Leute zu töten. Das ist alles. Wenn die Menschen fort sind, werde ich dich nicht mehr brauchen. Geh nun! Töte, was getötet werden muss! Und wie sollen wir das denn machen? Du wirst tun, was ich dir sage! Wehre die Feinde ab! Zahuu! Auf in den Kampf! Zahuu! Voll die Beleidigung bestimmt auf Navi. Suche deine Ikran. Hey Pferdchen! Wie bist du? Schönen Tag noch! Ich wollte ihm nur die Hand schütteln. Oder was auch immer schütteln. Was ist das denn? Mein Ikran angeblich? Er ist bestimmt da oben. Du weißt, was zu tun ist! Alter! Fickt euch! Multi-Stunning! Multiple-Stun! Bam! Au! Welcher Fickse? Du oder was? Fuck you! Fuck you! Ist da noch jemand? Oder was? Oder meinst du mich, du scheiß Pferd? Hä? Was willst du denn? Das hieß mich noch nicht. Oh, tschüss! So! Na klar! Jetzt muss ich ja eh noch weitergehen hier. Boah, ist das für ein Arsch. Mann, ist das für ein Arsch! Mann, Mann, Mann! Ähm... Alles klar? Yeah! Was war das? Hast du mich pleitig? Boah! Es explodiert sogar in blau! Hey, mein Zessel! Komm! Ich brauch nur ne Pause. Äh... So sitzt man bequem. So! Aber jetzt muss der Held wieder Heldentaten wohlbringen! Yeah! Guten Tag, Sir! Du hast unser Volk beschützt. Wir sind im Vorteil. Jetzt treiben wir den Angriff voran. Ja, ich weiß. Die Tatut verstecken ihre Waffen in einer Höhle ganz in der Nähe. Nein, jetzt redet ich! Müssen die Wächter fortgelockt werden. Ich glaube nicht, dass du es kannst, aber wir haben niemand anderen. Ich kümmere mich darum. So sei es. Solltest du dabei sterben, wird es viele meiner Probleme lösen. Fick dich doch! Du sprachst! Ah, schon wieder was freigeschaltet. Hm. Ich sollte mal ab und zu nachgucken, was ich freischalte. Panzerungen. Ah! Ich hab ja schon voll die Awesome-Panzerungen. Hä? Ist ja gay. Ist genau derselbe Shit. Oha! 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 Standard! Ihhh, voll hässlich! Gesundheit und Schutz. Hm, die ist der beste Kompromiss. Aber die gibt mehr Beweglichkeit. Ich nehm den Shit. Waffen! Maschinengewehr. Weißt du? Das da? Ich glaube, ich hatte das eh schon vorher, oder? So. Dann, äh, hier so, ja. So geiler Kampfstab und so. Und hier so die Ultra-Doppelklingen. So, ja. Passt schon. Und so. Ja, so Fertigkeiten. Ja, ich mein, ja. Alles cool und so. Wie so leuchtet Waffen noch? Hab ich ne neue? Na, die Doppelklingen noch nicht. Hier. Ich geh mal mit dem Stab gucken. Ne neue Art von Waffe oder was? Ne, nur die neue eklige Skeleton. Whatever am Brust. So. Und ich seh cooler aus. Yes. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich bin auf deiner Seite. Verdammt! Geh aus dem... Wie soll ich denn... Spast. Guck, ich hab dir geholfen. Wir sind Brüder. Kein Problem. Ich muss aber hier lang, oder? Jupp. Scheiße. Äh, auf zu schießen. Das ist nicht freundlich. Oh, da geht's auch. Klitter! Nein, meine Tampons sind runtergefallen. Cheat. Äh, flüpf, flüpf. Schwarz war böse. Brot auch. Bam! Ich will die daheim haben. Killer Plans. Ich will die daheim haben. Moment, Moment. Ja, doch, hier lang. Das heißt, runterfalle. Voll sanft gelandet. Kacke. Auch wenn das ein bisschen an den C-Ballen wehgetan hätte. Aber wir wollen hier nicht über Medizin sprechen. Medizin. Alter, ich bin unsichtbar, Mann. Schnauze. Ich lache noch unser ab. Oh, hier geht's. Ach, da. Oh. Hey, hey. Ha, ha, ha. Voll gedistet, Männer. What the hell is here as cool as... Alter! Mann, Wichser. Was ist das? Wurt machen? Nee. Y-Long. Explosive Kisten. Explodierende Kisten vorbereiten. Ah. Oh, da steht ja einer von mir. Ich dachte, warum kann ich da nicht lang? Alter, lieb mich! Wuhu! Vorbereitet. Ähm. Vorbereitet. Alter, was für Arschlöcher. Ich sterbe! What the fuck war das knapp? Wichser. Scheiße, ich seh nicht mal was. Schwast. Alter! Alter! Könnt' ich ja wenigstens... Alter. Alter. Was zum Teufel? So. Da fliegt ihr gleich in die Luft, ihr Wichser. So. Welcher kleine Hurensohn ihr seid jetzt. Fickt euch. Ihr Wichser. So. Ähm. Hä? Letzte Kiste vorbereiten mit Sprengstoff. Ach, da hinten. Komm, ja schon. Da sitz ich. Ich bin alleine, aber okay. Danke für die Schizophrenie. Muss da unbedingt weg. Hä? Hier im Schedule-Gebiet. Hey, Pferd. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Boom, Junge. Wow. Das nennt man mal, äh, eine explosive, äh, äh, Kulisse, ne? Hier, äh, Special-Effekte und so, ne? Ja, mhm. Bis man eh wieder die ganze verdammte Karte abgekundet hat. Was voll für ein S ist. Oh, genauso wie Klopapier. Verdammt, ich hätte da bestimmt links gemusst. Hm. Jetzt frage ich mich gerade einfach, wieso. Ey, ich will nicht wissen, was ich jetzt wieder für einen abgefuckten Weg laufen muss, um da hinzukommen. Hä? Warte. So. So. Da lang muss ich. Äh, würd's da lang gehen. Ist klar. Ja, ist ja Killer hier. Alter, fickt euch. Boah, ist das gerade wieder scheiße hier. Alter. Wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? Es ist für'n Arsch. Ja, das ist falsch. Da rechts und dann links. Alter, ist das für'n Arsch, Mann. So ne verfickte Scheiße. So, danke fürs Reiten. Tschüss. Mann! Ich hab Tschüss gesagt und Tschüss heißt Tschüss. Ich werd nie wiederkommen. Meine Fresse. Oh mein Gott, er klettert ne Stunde. Oh, mein Pferd ist abgekratzt. Glaub ich. Tit, xur oder whatever, was ich nicht lesen konnte. Irgendwas komisches. Bleh. So. Ja, das dürfte passen. Mann, ist das für'n Arsch immer diese scheiß Kartenwege hier ab. Grasen. Grasen im Dschungel. Enemy. Enemy. So. Ohohoho. Jetzt wahrscheinlich da drüber. Und dann ist alles im Wunder. Äh. Ne Pflanze? Ne Pflanze und ich lauf hier außen rum? Scheiße. Flipp, flipp, flipp. Aber ich will ja jetzt nicht ein bisschen aggressiv werden. Flipp, flipp. Flipp, flipp. Flipp, flipp, flipp. Flipp, flipp. Ähm. Ja. Flipp. Danke. Ah, verschwindet. Danke. Nett, dass ihr mit mir eure Zellproben überlasst und so, ne? Ist das ein Scheiß. Es ist ein Scheiß. Es ist doch einfach Scheiße. Auf eine blöde Weise. Oh, ich hab noch irgendwas verprügelt. Wow. Ruhig, Junge. Ruhig. Ganz ruhig. Mann, hier sieht ja auch alles süß aus hier. Kann mal einen in die Schnauze gauen. Palme gekröpft. Äh. Einfach mal die Welt erkunden, denn ich bin Kolumbus. Mann, hier gibt's bestimmt auch so ein blaues Alien, was die Welt erkunden hat. Und dachte, er hätte Indien entdeckt. Was für ein Vollidiot. Guck. Äh. Kaum bin ich hier, dann blüht er und öffnet sich und dehnt sich aus und leuchtet lila. Das meine schöne Fresse. Äh. Äh. Hallo. Meine Krieger haben die Splitter gefunden, die du suchst. Danke. Geh nach Norden. Beeil dich. Wenn nicht. Danke, Beidamo. Dein Volk wird dir den Splitter nicht kampflos überlassen. Äh. Dann kämpfe. Ähm. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich will einfach nur Frieden schließen und Kaffee trinken. Verdammt, was rede ich da für ein Müll? Haltet sie auf Distanz! Das letzte Wort konnte ich nicht verstehen. So, ihr Arschlöcher! Ready for war. Ist eh gar kein. Oh. Da bist du. Verdammt. Wexer. So. Unter mir werden. Sind die da? Ja. Sporst! Sonst noch jemand? Hm. Tja, ich geh mal zur Zellprobe da. Yay. Autsch. Hä? Bin ich denn hier jetzt? Ah. Ich wollte schon sagen. Alter, nimm die Zell... Verdammte Scheiße. Nimm die Zell, verdammte Scheiße. Leck. Mich. Dank fürs Aufmachen. Wow, hier sieht's ja... Alter. Gar nicht übertrieben. Guten Tag. Ich wollte sie nicht ermorden. Ich hab mich verdrückt. Hä? Oh. Ja. Hä? Nee. Autsch. Welcher? Über mir bestimmt. Du Knecht. Hab dich gesehen. Wo ist er hin? Au. Au. Hm. Ja, und jetzt? Sieht schön aus, wa? Ich will aber alle Kristalle mitnehmen. Oh, doch. Man kann... Oh, sind sie! Ah! Ich schreibe auch wieder so wie eine Frau. Obwohl ein Typ ist. Die Fresse. So. War ja klar, dass man jetzt hier so voll hoch muss und so. Okay. Ich hab's mir anders vorgestellt, aber... Halt's Maul. Ah! Genau das mein ich. Nö, sonst keiner. Meins. Mission abgeschlossen. Ich hab's eine Unzeitprobe geklaut. Ja. Selbstmord! Nö! Ist da nicht irgendwo wieder so ein... Awesome Horse! Du kannst mich mal. Awesome Horse, warte! Ganz ruhig. Gut, jetzt hab ich zum Glück nicht gehört, was er gesagt hat. Ich hätte mich eh nur aufgeregt. Ach, du Scheiße. Das kann ja jetzt wieder behindert werden. Da hinzukommen. Wie entstehen diese Wege? Bestimmt sind hier zwei fette Kerle mit ihren Schuhen langgeschliffen. Hm. Denn ein Fahrzeug kann unmöglich sein. Obwohl. Menschen haben diesen Planet ja an sich gerissen. Ich bin wieder so falsch. Das gibt's nicht. Obwohl. Nein. Ich wollte hier lang, weil auf der Karte das alles hier noch dunkelgrau war und nicht erkundet. Und jetzt hab ich's gesehen. Das ist mal was Neues. Deswegen. Halt, Stopp. Ja, nee. Ich muss sowieso hier lang, glaub ich. Hoch, hoch, hoch. Du schaffst das schon. Ich glaub an dich. Du bist so toll. Es lädt. Ey, das wär doch ein cooler Refrain. Dum, dum. Dramatischer Musik. Passt zu meinem Volk. Ja, das ist sie. Gut, jetzt passt es sie. Aber, oh mein Gott. Wie der Bildschirm und Controller abkürkt. Alter, ich kann ja vollfett abkürzen. Glaube ich, oder? Hä? Alter. What the fuck? Hilfe. Nein! Gut, hätte doch sein können. Mann. Ich hab ein Tier getötet. Wo werde ich respawnen, Alter? Ah! Kommt schon, ihr wollt mich verarschen. Ah, ist mir auch scheißegal. Geh ich eben die 5 Kilometer da außen rum. Puh. Ist mir so scheißegal. Lauf ich eben den halben Tag. Puh. Ich bin ein Navi. Ich halte das schon aus. Denn ich geh jetzt. Und zieh bei Mutti aus. Ähm, was? Blub, blub. Mann, das ist voll geil. Blub, blub, blub. Du fällst nicht runter. Verdammt, da ist schon wieder diese Pflanze. Halt, stopp. Nein, ich muss hier lang. Mist, hätte er sein können, dass ich abkürzen kann. Aber nein, einem wird hier nichts gegönnt. Der Planet ist einfach steinhart. Vielleicht, weil er aus Stein besteht. Aber das ist nur eine Theorie. Oder wollt ihr leugnen? Wo kommt das Gras her? Nun ja, mein Sohn. Der Planet war ein Stück Scheiße. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Was für die jetzt? Gute Nachrichten werden auch zu langweilig. Falco hat befohlen, die Weiden zu zerstören, wenn seine Gorillas die Harmonischen haben. Dann werden sie den Seelenbrunnen nie finden. Sie müssen hin, bevor sie die nächste Harmonische zerstören. Wow. Also mein Sohn, was ich gerade erzählen wollte. Der Planet war ein Stück Scheiße. Dann hat jemand einen Samen hier reingespritzt. Eher gesagt, gesät. Und dann, bam! Alles voller Gras. Okay. Die Kunde von deinen Taten eilt dir voraus. Gut gemacht, Traumwandler. Ich war langsam ans meine Taten. Wir haben es fast geschafft. Eile jetzt zur Weide. Du musst das Lied holen. Ich werde bald mit Ikran zurückkehren, damit wir nach Hause reiten können. Okay, Killer. Voll in die Fresse getreten. Na, was geht hier für eine Party? Ah ja, kam Bettja. Ach so, das ist dieser Baum. Oh, muss ich jetzt nicht wieder... Ja, stimmt, die Splitter platzieren. Irgendwo hier? Nein. Moment mal. Oh, verdammte Scheiße! Entweder muss ich mich weilen, oder... Hier vibriert es doch irgendwo. Mehr nach hier. Hier ist ganz stark. Nein. Hier. Yay! Hab ich. Gut. Dann... Hier. Yes! Und dann noch... Wahrscheinlich... Hier. Juhu, ich hab's. Verdammt! Hey! Yes, jetzt hab ich's. Yay! Der Baum wird bestrahlt. Ich werd beschossen. Die Erde geht unter. Hauptsache, ich hab die Splitter eingesetzt. Yeah! Oh mein Gott! Alles kackt ab hier! Höh! Autsch! Scheiß auf Enemies! Oh, scheiße, sie sind schon da. Verdammt! Das ist unsichtbar. Autsch! Wurde ich stornen. Oh! Oh! Oh, da gibt's viele. Das sind zu viele! Ha ja! Pen! Neher! Knecht! Heel! Das war ne Kompo. Eins. In die Fresse. Geschlagen. Zellprobe genommen. Und weiter geht's. Zick! Scheiße, auf die Relies. Oh, verdammte Scheiße! Junge! Afs! Schieß mich nicht ab! In die Fresse. Oh mein Gott! Mitten in dieser heißen Action stelle ich mich jetzt in die Ecke und heule. Hier sieht's cool aus. Aber ich beende den Part und sage bis zum nächsten Mal. Ganz ruhig. Und sag bis zum nächsten Mal. Was hab ich da für ne Muschel am Arsch? Tschüss! Tschüss!